ARGE! In den letzten Wochen habe ich mit Flippi eine Challenge gestartet. Du hast ein paar Nike Air und wir wollten sie dann anmalen. Ein Schuh du, ein Schuh ich. Das ist deins schon fertig. Das ist meins, das ich jetzt bemalen möchte. Das ist also Nike Air Force One, damit du weißt, was das ist. Falco ist nicht so modebewusst. Das ist Nike Air Force One. Diese Nike Air Force One werden wir customisieren. Kustomisieren. Okay. Ich habe meine schon fertig. Und da habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass die Farbe, die eigentlich dafür geeignet ist, super schandhaft ist. Das hängt vom Künstler ab. Also hast du noch die Chance, entweder neue Farbe zu besorgen, die besser passt? Acrylfarbe zum Beispiel? Nein. Ich werde alles fair machen und ich werde dieselbe Farbe, die du benutzt hast, auch benutzen. Okay. Die, die wir zusammen gekauft haben. Das ist eine Katastrophe, Bruder. Die kaufen wir nie wieder. Mal sehen, was Franco da was macht. Ich habe schon eine ganz klare Idee. Und am Ende werden wir natürlich die konfrontieren. Auch die Meinung von Rob von Dima so hören. Ja, ich fange direkt an, deinen Schuh zu bemalen. Ich habe schon eine klare Vorstellung, wie ich mein Schuh designen will. Ich werde ein paar Texturen von der Natur nehmen. Ein Leopardfell und ein Zebrafell. Und ich werde diese zwei Designs versuchen zu kombinieren. Dann noch ein paar Natur- und Grafische Elemente dazu. Meine Vorstellung ist schon ziemlich klar. Ich hoffe, dass es dann so wird, wie ich es mir vorstelle. Ich habe noch nie auf einen Schuh gemalt. Ich bin gespannt. Das ist mein erstes Mal. Mein erstes Versuch. Und sofort danach gucken wir, was Flippi gemacht hat. Und jetzt let's go mit meinem Speed Rolling. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles blowing. Bis zum nächsten Mal. Also insgesamt bin ich nicht so zufrieden, also ich hätte es mir professioneller vorgestellt. Dabei muss ich aber sagen, dass Flippi schon recht hatte, dass mit diesen Farben kann man einfach keine gute flache Oberfläche haben. Es sieht also alles Sarah Matteo unprofessionell aus. Natürlich liegt es nicht nur an den Farben. Ich habe es ziemlich gefehlt im Vergleich mit dem, was meine Vorstellung war. Das ganze Design ist nicht so clean, wie ich mir dachte. Ich wollte es auch nicht so überfüllt von Sachen haben, deswegen habe ich auch viel Weiß gelassen. Und ich habe hier bei der Schlange auf dem Leopardfeld, das war nicht ein Fehler, weil ich wollte einige Details von der Schlange Weiß halten. Aber ich hatte schon alles gelb voll gemalt. Also am Ende insgesamt bin ich nicht so zufrieden mit dem Ergebnis. Ich würde diesen Schuh auf jeden Fall nicht so tragen, wie ich es gemacht habe. Aber die Idee finde ich trotzdem gut. Ich habe sie nur nicht so gut umgesetzt, nicht so gut, wie ich es wollte. Und ich bin aber mit dem Leopardfeld zufrieden, wie es geworden ist. Also dieses bisschen Aquarell und so. Da bin ich zumindest zufrieden, also wie die Textur geworden ist. Auch beim Zebra. Ich würde mir selber jetzt zwei, drei, sagen wir mal drei Falkos von fünf geben. Aber nur, weil es mein allererstes Versuch gewesen ist, auf Schuhe zu malen. Ich weiß schon jetzt, für das nächste Experiment auf Schuhe werde ich ganz andere Farben nutzen. Und jetzt gucken wir mal, was Flippy gemacht hat. Ich weiß schon, was Flippy gemacht hat. Einen Tag danach bin ich wieder mit Flippy hier und direkt neue Frisuren, neue Farben. Wie findet ihr es? Schreibt es gerne in die Kommentare. Kommen wir zu unseren Schuhen, die besser gepimpt sind als dein Kopf. Was redest du da? Also ich finde mein Schuh fresher, natürlich. Natürlich. Ich will deine Bewertung von unseren beiden Schuhen jetzt hören. Eine ehrliche Bewertung. Bei mir habe ich die Farbe komplett verkackt. Ich habe auch gesehen, du hattest recht. Die Farben sind echt Katastrophe. Wir nehmen das nächste Mal andere Farbe. Im Internet benutzen alle Acrylfarben. Zum Spray. So ein Sprühteil, das ist richtig geil. Das müssen wir kaufen. Kostet gar nicht so viel, 100 Euro. Das müssen wir auf jeden Fall besorgen. Dann machen wir auf jeden Fall freshere Sachen. Oh ja. Was war dein Konzept, deine Idee? Weil ich hatte ein Konzept. Ich wollte abstrakt und die Farben geil kombinieren. Ich finde, wenn die Farben geil geworden wären, so jetzt in der Kamera sieht das gar nicht so schlimm aus. Ich blende dann die ganzen Details ein. Ich wollte einfach einen Schuh haben, den ich auch tragen würde und der ist fresh. Außer, dass die Farbe echt hier überall splittert und so ein Scheiß. Das seht ihr hier auch. Wieso? Wieso fresh? Also was? Das findest du fresh? Das findest du fresh? Aura, was war das hier? Ich habe mein Schuh schon selber bewertet. Du hast das schon selber bewertet. Ich habe ja auch Fails gemacht. Was hätte anders sein sollen? Ich sehe hier so einen blauen Verlauf. Das ist kein blauer Verlauf, die Farbe ist einfach scheiße gewesen. Ah, wolltest du nicht blau machen? Ich wollte es nicht blau werden. Ich dachte schon. Du bist so kacke. Alles klar. Gib mal eine Bewertung von 0 bis 5 Falkos für jeden Schuh. Okay, also ich würde dein, die Seite ist fresh, also die ist wirklich cool, die gefällt mir. Das würde ich sagen, 8 Punkte. 8 Punkte, ne, von 5? Nee, von 10. Aber von 5. Achso, von 5, 3 Punkte. Okay, ja, ich habe mir auch 3 Punkte gegeben. Diese Seite finde ich nicht so geil. Aber das liegt vielleicht auch schon an der Farbe, weil es kommt einfach nicht so nice. Die Schlange kommt auch nicht so geil rüber. Ja, die Schlange hat alles kaputt gemacht. Ja, aber wenn es alles so gemacht, wäre es fresher gewesen. Und meinem eigenen Schuh, das ist schwierig zu bewerten, 5 Punkte. Hat einfach keine Bewertung, weil es ein Experiment war. Nächstes Mal wird es besser, mit besseren Farben. Oder schreibt ihr in die Kommentare seine Bewertung. Das ist echt hässlich geworden. Nächstes Mal, nächstes Mal wäre es viel besser. Ich habe sogar das Nike-Logo angemacht. Sieht echt schon fresh aus. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Das war was Neues für mich. Und ich habe Bock auf jeden Fall weitere Sachen zu pimpen. Und du kannst... Warte, warte, warte. Und zwar... Das ist Natur, dann sehen wir es mal so. Ja. Ich wollte sagen, dass wir könnten auf jeden Fall weitere Sachen pimpen. Und du kannst auch Sachen bauen. Also du kannst bauen. Ich kann Sachen anbauen. Wir können richtig freshe Sachen machen. Boah, wir könnten diese Skills kombinieren. Und richtig verrückte Sachen bauen. Aber weißt du, was das Erste sein muss? Die Holzburger. Die Holzburger? Weißt du, ja, ich hatte schon mal in einem älteren Video eine Wette verloren. Jetzt kurze Einblendung. Der Verlierer muss dann eine Falkington-Burg bauen. Aber diesmal alles mit Holz. Oh Gott. Wir haben aber keine Holzburger. Aber eine Louis Vuitton-Holzburg. Das muss eine geile sein. Das muss alles so fresh sein. Ja. Aber jetzt mal eine Holzburg. Louis Vuitton, Gucci, Prada. Kann man auch eines Tages machen. Nein, nein, wenn das ein richtig guter. Nein, nein, nein. Dima, ich bin jetzt fertig. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Meinung. Du weißt schon, du hast schon gesehen, während ich gemalt habe, was meiner ist. Soll ich entscheiden, welcher besser ist? Welcher besser ist? Eine Bewertung für Details, Kreativität und so weiter. Hm, du hast auch ein Geruch. Also das ist schon mal nice. Die Schlange, weil ich. Das ist so ein Mix aus verschiedenen Tieren. Genau. Lepaar, Leopard. Verschiedene natürliche Textüren. Eine Schlange und eine Zebra. Und der hier ist so mehr so Street-Style? Nee, warte mal. Ja, aber... Hier sind so Muster. Ja, genau. Ich kann nicht genau erkennen, hier sind so... Hier sind so Ghibli-Muster oder so. Keine Ahnung. Dieses kleine Männchen erinnert mich an Mononoke. Nee, lass meine Mononoke in Ruhe. Also mir gefällt der mehr auf jeden Fall. Der ist ein bisschen fröhlicher, so wegen dem Gelb. Lebendiger. Und ich mag das Zebra-Muster. Extrem. Und die Schlange gefällt mir auch. Er passt voll. Wow. Baba, Digga. Skull, skull, skull. Brr, brr. Ich würde den genauso tragen, würde ich sagen. Mit dem hier zusammen? Nee, also nee, nee, nee. Man sieht schon, da rechtlich schon viel Kul in dir. Ja, voll, ne? Weg mit dem. Kannst du mir eine Bewertung geben für Details erst mal? Sagen wir vier, weil diese Aquarell-Geschichte hier hat sich ein bisschen verlaufen. Wenn es scharf wäre, fände ich es nice auf jeden Fall. Also wenn die Kanten scharf wären. Ich habe es absichtlich nicht so scharf gemacht, weil es natürlich aussieht. Ist cool, aber ich fände, dass wenn es wirklich komplett scharf wäre, alles komplett schwarz, war es ein bisschen schöner. Ja. Für die Idee und Kreativität? Für die Idee auf jeden Fall. Fünf. Fünf. Und noch weitere Kriterien? Und generell, wie magst du es so von eins bis fünf? Baba. Es ist eins über den fünf. Oh, Baba. Wenn du den zweiten genauso magst, dann bist du auf jeden Fall da. Du, letztes Mal mache ich es alles nur mit Eddings. Ey, wie wäre es, wenn ich mir eigene kaufe und du gestaltest mir welche? Ja, lass doch machen. Ja, bewerten wir jetzt ganz kurz auch das von Flippy. Da ist aber nicht so viel zu sagen, oder? Vielleicht eins von fünf. Aber weißt du, was noch fünf von fünf hat? Tunis Merch. Mit meinen Händen drauf. Seht ihr diese Hände? Oh, das waren deine Hände als Vorlage? Ja. Ich mag das T-Shirt voll. Schreibst du in die Kommentare, wie findet ihr das Shirt, wie findet ihr den Schuh? Schreibt das in die Kommentare. Und gehen wir jetzt zu Roberto Krocante. Und jetzt deine Meinung, Roberto Krocante. Also, der ist von Flippy? Ja. Also, ich finde den wirklich nicht schön. Also, man kann... Ich weiß nicht, das sind mir zu viele verschiedene Farben und irgendwie kein Konzept. Und das ist deiner? Ja. Der könnte so, ja, so in Afrika oder in Thailand, so ein gefälschter Gucci-Nike-Cola-Burschuh sein. Mit so Leoparden-Cebra-Design. War es schwer? Nee, also schwer war es gar nicht. Und wieso sieht das so sch*** aus? Also, es ist keine Ausrede. Aber die Farben haben auch viel dazu beigetragen, dass es nicht so gut wird. Ja, ja, ja. Ihr braucht auf jeden Fall die richtigen Stifte. Ja. Safe. So scharfe Stifte. Ja, ja, ja. Eddings. Frank, wir kriegen das besser hin. Ja. Das war am Ende der erste Versuche, auf so Schuhe zu machen. Der zweite Versuch wird geil. Voll, voll. Mit Eddings, mit den richtigen Stiften. Safe, safe, safe. Dann schießt ihr sie viel. Interessanter Ansatz. Ich habe auf TikTok gesehen, Leute haben so Naruto-Augen hier drauf gemalt. Hab ich auch gesehen. Oder Frank, ich weiß, was heftig wäre, wenn du schaffst, so viele Pokémon wie möglich hier auf dem Schuh zu machen. Das wäre klasse. Ein Schuh mit allerersten 150. Gratuliere. Sie haben den Job. Amici, schreibt mir jetzt in die Kommentare, was ihr von unseren Schuhen hält. Ich verspreche euch, dass das nächste Schuhdesign viel besser gelingen wird. Und ich werde die nächsten Schuhe auch verlosen. Und wenn ihr vorher gehabt habt, was ich noch pimpen könnte, außer Schuhe auch, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ich werde einige Wünsche von euch dann erfüllen. Und natürlich, was ich dann auch pimpen werde, werde ich dann auch an einer von euch verschicken. Wenn ihr diese Arbeit, diese Kunst unterstützen wollt, dann lasst mir wie immer gerne ein Pollicione, einen Daumen hoch unter das Video, den Kanal kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Arriveder. 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 Arriveder.